Wurzelkanalbehandlungen sind ein oft Gefahr-ein-Viertler-Keter-Dentaler-Eingriff, der viele Menschen abschreckt. Doch was genau ist eine Wurzelkanalbehandlung und warum wird sie durch Gefahr-ein-Viertel-HRT? In diesem Video werde ich das Verfahren der Wurzelkanalbehandlung entmystifizieren und Ihnen einen detaillierten Einblick geben. Eine Wurzelkanalbehandlung wird in der Regel durch Gefahr-ein-Viertel-HRT, wenn der Nerv eines Zahns stark entzahein-Viertel endet oder abgestorben ist. Dies kann durch tiefe Karis, Traumata oder andere Zahnschädigungen verursacht werden. Die Behandlung besteht darin, den infizierten Nerv aus dem Zahn zu entfernen, das Innere des Zahns zu reinigen und dann zu FA-ein-Vierteln, um eine erneute Infektion zu verhindern. Der Prozess beginnt mit einer GA-ein-Viertel endlichen Untersuchung des Zahns und einer RA-Entgehen-Aufnahme, um den Zustand des Zahnnervs und der umliegenden Strukturen zu bestimmen. Anschließend wird der Zahn-Beta-OBT, um Schmerzen-Wahrend des Eingriffs zu vermeiden. Der Zahnarzt bohrt dann ein Loch in den Zahn, um Zugang zum Nerv zu erhalten. Der infizierte Nerv wird mit speziellen Werkzeugen aus dem Zahn entfernt. Anschließend wird das Innere des Zahns GA-ein-Viertel endlich gereinigt und desinfiziert, um alle Bakterien zu beseitigen. Danach wird der Zahn mit einem FA-ein-Viertel-Material, wie zum Beispiel Gutapacha, verschlossen, um sicherzustellen, dass keine neuen Infektionen auftreten kann. Der letzte Schritt der Wurzelkanalbehandlung ist in der Regel die Platzierung einer Krone auf dem behandelten Zahn. Dies dient dazu, den Zahn zu Scha-ein-Viertel-Zähn und ihm seine Funktionalität zu RA-ein-Viertel-Zuh geben. Die Krone wird individuell angefertigt, um sich nahtlos in das natter-ein-viertel-riche Gebiss einzuverein-Viertel gehen. Obwohl eine Wurzelkanalbehandlung oft als schmerzhaft und unangenehm wahrgenommen wird, ist sie in der Regel gut wertraglich, wenn sie von einem erfahrenen Zahnarzt durch Gefahr ein Viertel-HRT wird. Moderne Technologien und Anästhesie-Maglichkeiten machen den Eingriff heute wesentlich angenehmer als in der Vergangenheit. Es ist wichtig zu beachten, dass eine Wurzelkanalbehandlung nicht nur Schmerzlinderung bietet, sondern auch den Zahn vor weiteren Schadien und maglichen Extraktionen Scha-ein-Viertel-TZT. Durch die Entfernung des infizierten Nervs wird der Zahn gerettet und kann weiterhin seine natter-ein-viertel-riche Funktion Erfa-ein-Viertel-Len. Es ist ratsam, bei den ersten Anzeichen einer Zahninfektion oder Zahnschmerzen einen Zahnarzt aufzusuchen, um eine rechtzeitige Behandlung zu erhalten. Je fra ein Viertel her eine Wurzelkanalbehandlung durch Gefahr ein Viertel-HRT wird, desto besser sind die Chancen auf eine erfolgreiche Genesung und den Erhalt des Zahns. Insgesamt ist eine Wurzelkanalbehandlung ein wichtiger dentaler Eingriff, der vielen Patienten geholfen hat, ihre Zahnarzt nie zu erhalten und Schmerzen zu lindern. Indem wir das Verfahren entmystifizieren und genauer erklären, kann ihn wir dazu beitragen, ANGST und Missverster-Endnisse in Bezug auf die Wurzelkanalbehandlung abzubauen. Ich hoffe, dass dieser Video dazu beigetragen hat, das Verfahren der Wurzelkanalbehandlung besser zu verstehen und Ihnen die notwendigen Informationen bietet, um eine fundierte Entscheidung A1 Viertel BER Ihre Zahngesundheit zu treffen. Denken Sie daran, dass die regelmaarige Zahnhygiene und Vorsorgeuntersuchungen der beste Weg sind, um Zahnprobleme zu vermeiden und Ihre Mundgesundheit zu erhalten.